Musik Nachts leicht bewölkt, die Tiefstwerte liegen bei 17 Grad. Am Mittwoch heiter, später dann kann es auch dickere Quellwolken geben. Die Tageshöchstwerte sollen wieder auf 32 Grad klettern. Am Donnerstag und Freitag heiter, bei Spitzenwerten bis 34 Grad. In den Nächten bleibt es sehr lau. Am Samstag häufiger gewittrige Schauer und mit knapp 30 Grad schwülwarm. Musik